Hallo Leute, wir kommen zurück zu Let's Play Axiom Verge. Im Let's Board haben wir eine tolle Mante erhalten, mit der wir uns irgendwie durch ein Feld glitschen können. Und jetzt müssen wir erstmal gucken wo es weiter geht. Ich steh mal ein Tür runter. Ich glaube in der Kinderkarte hau ich halt auch mehr aus als Orsette 9. Ich bin jetzt hier unten weiter. Warte mal hier an. Hier unten war... Hier unten war... Hier... 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 Noch kein weiter Weg? Geht zwar nicht weiter, vielleicht doch auch noch auf uns Gucken wir jetzt mal in die neue Sektor mal rein, dann guck ich da jetzt weiter Da war hier nur der Speicherpunkt, ja gut Aber wir können es mal aufladen Und dank des Doppelchamps können wir jetzt den zweiten Raum zu aktivieren, das ist vollständig Alles Das hat schon funktioniert, sehr schön Danke, Laserscheiße hier Hier hinten war Zwei, extra zwei Laser Ah, da geht es weiter, ich sehe schon Jetzt komme ich hier oben ran Und ein Waffen Uh, Sasche Waffenscheine jetzt Und das Ich habe dafür recht, wo unser Ding ist noch nicht aus Guck mal hoch Oh, wir sind da der Oberflächen Guck mal hier Ah, hier können wir uns durchgraben Okay Leider schaffe ich das nicht Was ist das denn Und dann Okay Okay Ja, schön. Achso, hier brauche ich die Blitzschwähigkeit. Da kriege ich wahrscheinlich auch die nächste Fähigkeit irgendwann mal, weil das sind so viele Räume, die ich noch nicht betreten kann dadurch. Ja, guck dir alles aus. Und die hauen ja schon Schaden rein, die Viecher. Oh, da war ja auch eins. Ich hoffe, hier passt. Da war ja auch eins. So eine Scheiße. 2 3 4 5 5 6 6 7 4 5 7 8 4 5 5 He he he, ihr scheiß Viecher, ihr trickt mich nicht, was ich wollte, genau hier drüber nicht eingefangen Geht es überhaupt Tür lang? Komische Tür Geht es jetzt so und so lang Dafür war aber irgendwas Bis zum nächsten Mal Gut, jetzt kommen wir zu den Häschen für euch hier Und dann kommen wir zu den Häschen Und dann kommen wir zu den Häschen Wir müssen eigentlich auch mal Backtugging machen eigentlich Und dann kommen wir zu den Häschen Und dann kommen wir zu den Häschen Oh, wie viel Schaden dieses Dreckvieh macht Guck dir das an Das ist doch übertrieben Und dann kommen wir zu den Häschen und heilt nicht mehr so viel, das ist Wahnsinn Quatsch, ich bin mit Schaden rein, aber heilt nicht mehr anziehungsweise so viel Geil Treffer, Wahnsinn Da ist eine Tür, hier ist eine Tür Ich glaube, das müssen die oberen Tür, hier kommen wir ja nicht ran Trotzdem, wenn die Tür lacht nach dem Link, da wollte ich hier nichts, aber auf dem Ort geht es doch noch hoch Ist nichts Gut, die sind jetzt kaputt Wir wirften hier mit Steinen Boah, was ist denn das, Jünger Für Dreckviel und Sponti hier auch irgendwie nicht, in diesem Game Umprogrammieren Was ist das, Jünger? Tidiot Boah, diese alten Drecksteine Boah, ich hab so schön schlechte Energien an den Fallen Dumm ist was Aber ein Sprung reicht nicht aus Ja, da kann ich mich immer durchbohren, das hab ich schon wieder gekriegt Zwei Wege wieder Aber erstmal kann ich hier einen Shortcut machen, oder? Warte, wir haben einen Shortcut gemacht, das heißt wir könnten nichts theoretisch gesehen, oder? Ich glaub wir haben jetzt einen Shortcut gemacht, ja wunderbar Ich muss ein Klein Sonne Mal ganz kurz Mal ganz kurz Mal ganz kurz, wo es hier lang geht Ein Item, wo wir nicht rankommen, sehr schön Das find ich immer geil Vielleicht können wir hier von hier aus ran Sieht ganz danach aus Nice Was haben wir denn da Schönes? Vergesteuerte Drohne Abfeuern Abfeuern einfach Wo ist denn die Drohne? Daher Dach Ach guck mal Ja nice Ist ja mal richtig nice Ich kann doch durch Türen gehen Guck mal Sehr schön Gut Ich sag, wir hätten jetzt den Partner Speicherpunkt Oh, das ist knapp Ich würde sagen, nächstes Mal machen wir mal ein paar Backtracking machen wir da, würde ich sagen Gut, da wisst ihr doch gar nicht, wo ich hier langste Oder, wir gucken nochmal Warmer? Warmer war ja okay Wir können Backtracking machen, okay Gut, wir sehen uns dann gleich wieder Video